Unser Team ist super, also ich fühle mich wohl, ich bin ein Teamplayer und wir sind alle Teamplayer, sag ich jetzt mal so, weil wir alle das Ziel haben, wenn wir im Team gut sind, sind wir auch stark auf der Arbeit und das ist hier auf jeden Fall der Fall. Durch Empfehlungen her von meiner Schule aus bin ich dann halt zu Frau Dr. Anne Wilkening gekommen. Also ich habe hier gute Sachen erlebt, ich hatte viel Anleitung, ich habe immer jemanden, Ansprechpartner gehabt, also ich habe mich hier wirklich wohl gefühlt und deswegen kam auch mein Entschluss, dass ich hier nach meiner Ausbildung halt meine Stelle als examinierte Pflegefachkraft antrete. Ich finde auch die Krankheitsbilder hier total interessant, es ist nicht dieses typische Altenpflege, es ist wirklich komplett was anderes. Wenn ich Zeit brauche oder wenn ich sehe, der Bewohner dem bedrückt irgendwas, ich habe durchaus Zeit, mal sagen, ja, ich bin jetzt mal 20 Minuten raus, ihr schafft das auch ohne mich und ja, das ist schon sehr schön. Wir haben ja wirklich gute Hilfsmittel, die wir täglich benutzen auch, um unseren Bewohnern halt den Tagesablauf so schön wie möglich zu machen. Wir haben zum Beispiel einen da, der es auch Bewohnern ermöglicht, das Bett zu verlassen, die sonst wie gesagt bettlägerig sind und es einfach nicht schaffen würden. Wir haben super Aufstiegschancen auch. Ich mache zum Beispiel auch bald eine Weiterbildung als Palliativcare und Pain Nurse, kann man auch gleich anschließen. Man kann Wohnbereichsleitung werden und man hat immer Kontakt mit den Ärzten, das ist mir ganz wichtig. Also das ist, die Ärzte kommen ja wöchentlich ins Haus und man hat eben, die nehmen sich auch die Zeit für die Visite. Ja, also es ist super modern, es ist wirklich super schön, es hat für mich einen Hotelcharakter. Als ich hier das erste Mal reingekommen bin, dachte ich so, Gott, ich glaube, du bist falsch. Also es ist wirklich wunderschön, es sieht einfach ganz anders aus und ich fühle mich auch persönlich wohl. Ich glaube, wenn man sich hier richtig wohl fühlt, dann ist das Arbeiten auch einfach schöner, anstatt in so einem altmodischen Heim, was man halt so typisch kennt. Ja, es ist alles so, wie ich es mir vorgestellt habe und ja, mir macht es Spaß doch, auf jeden Fall, ja.